So, ich häkle heute eine Tomate, ich häkle mit der Nadelstärke 2,5, da ich sehr gerne die kleinen Tomaten mache, die Cocktailtomaten, aber man kann natürlich größere häkeln, Nadelstärke zwischen 2,5 und 3 und je nachdem wie viele Maschen man nimmt. So, aber ich zeige euch jetzt mal eine kleine Cocktailtomate. Also als erstes mache ich einen magischen Ring. In den kommen 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ziehe ich ihn zusammen, kriege meinen Kreis und wie schon einmal erwähnt, ich mache keine Kettmaschen, ich arbeite weiter in Runden. Aber das ist natürlich wieder jedem selbst überlassen. Jetzt brauchen wir 12 feste Maschen, also müssen wir jetzt jede Masche verdoppeln. So, 1 und 2, dann wieder 2, haben wir 4, wieder 2, kommen wir auf 6, wieder 2. Jetzt sind wir bei 8, sind wir bei 10 und nochmal sind wir bei 12. So, okay. Das ist natürlich noch ein wenig zu klein für eine Cocktailtomate, also höre ich auf 18. So, das ist noch etwas zu wenig für eine Cocktailtomate, deshalb erhöhen wir jetzt auf 12 Maschen. 12 Maschen für eine Cocktailtomate sind noch etwas zu klein, deswegen gehen wir jetzt auf 18 Maschen hoch. Und zwar wird jetzt jede zweite verdoppelt. So, 1 und die zweite wird verdoppelt. So, sind wir auf 3. Dann wieder eine normale, 4 und wieder verdoppeln. So, jetzt wieder normal und dann wieder verdoppeln. So, jetzt sind wir auf 9. Die normale Maschen und wieder verdoppeln. So, jetzt sind wir auf 12. Dann wieder eine normale und wieder verdoppeln. 15, dann normale und noch einmal verdoppeln. Dann sind wir auf 18. Theoretisch könnte man daraus eine Cocktailtomate machen. Eine kleine ist auch eine gute Größe. Ich persönlich bevorzuge, es ist noch ein kleines Stückchen größer. Und zwar auf 24 Maschen. Dafür muss ich jetzt jede dritte verdoppeln. 1, 2 und verdoppeln. 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Bin ich auf 8. 1, 2, 3, 4. Bin ich auf 12. 1, 2, 3, 4. So, mit 16. Zweimal noch. 1, 2, 3, 4. 20 Maschen. Und noch ein letztes Mal. 1, 2, und verdoppeln. So, macht 24. So, das sind jetzt die 24 Maschen. Und diese wiederhole ich jetzt dreimal. In einer ganzen Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. und jetzt geht es wieder daran dass man die maschen abnimmt und zwar kommt jetzt von 24 auf 18 wieder runter bedeutet ich muss jede dritte und vierte masche ab und vier abgenommen 23 und vier wieder abgenommen das sind schon mal sechs maschen dann 123 und vier abnehmen nicht wieder auf 9 marschen 1 2 3 und 4 wieder abnehmen bin ich auf zwölf maschen 2 3 und 4 abnehmen 15 maschen 1 2 3 und 4 abnehmen bin ich auf 18 maschen so wer möchte kann die tomate jetzt schon ausstopfen ich gehe noch mal auf zwölf maschen runter und stoff sieht dann aus dazu muss ich jede zweite und dritte zusammen eine masche und dann zwei und drei abnehmen so zwei maschen dann wieder eine normal 3 und wieder abnehmen 4 dann 5 und wieder abnehmen 6 7 normal normal und wieder abnehmen 8 9 und wieder abnehmen und schon bin ich wieder auf zwölf so jetzt bin ich wieder auf zwölf maschen runter ziehe mir den faden extra zur sicherheit bis länge und die warte du ein wenig watte rein ein bisschen sollte es zu eng werden kann man auch die häkeln nadel einfach umdrehen und das kleines hilfsmittel hernehmen für mich ist die tomate jetzt gut gefüllt heißt ich kann weitermachen so ich nehme jetzt weiter die maschen ab bis ich auf nur noch sechs feste maschen und bin noch einmal und das letzte mal so müssten jetzt sechs maschen sein und jetzt nehme ich wieder mit einer kettmasche dazwischen die letzte maschen ab ich lasse immer eine aus dann nehme ich eine kettmasche ziehe sie durch so wieder auslassen jetzt noch die letzten maschen abnehmen und zwar mache ich es so dass ich immer eine masche auslasse und dann eine kettmasche rein auslassen faden holen durchziehen kettmasche fertig auslassen faden holen durchziehen kettmasche und ein letztes mal so so ist es schon zu ich kann abschneiden faden durchziehen und die kleine cocktail tomate ist fertig so jetzt nur noch für nähen und dann sind die blätter als nächstes so ich mache jetzt die blätter für die tomate es funktioniert folgendermaßen ich fange mit sechs luftmaschen an so eins zwei drei vier fünf sechs so sechs luftmaschen dann mache ich vier kettmaschen zurück dabei einfach in die luftmasche reinstechen faden holen und den faden durch die andere masche durchziehen so so zwei drei und vier so vier kettmaschen und nochmals eine in die fünfte in die sogenannte basismasche so okay dann folgen wieder fünf luftmaschen eins zwei drei vier fünf dann geht's zurück in Form von vier kettmaschen eins zwei drei drei und vier so und eine letzte in die Basis rein ich würde mal schauen dass ich da reinkomme so und damit verbindet man die blätter sozusagen schaut ganz nett aus und das ganze mache ich dann noch zweimal drei vier fünf und dann wieder vier kettmaschen zurück es bleibt einem offen ob man so wie ich nur vier blätter macht oder fünf oder sechs das kann jeder für sich selbst entscheiden so mir persönlich gefallen vier blätter am besten so das war Nummer drei eins zwei drei vier und fünf und dann geht's wieder zurück auch mit der größe kann man natürlich variieren je nach größe der tomate kann man die blätter länger oder kürzer machen so und das letzte in die Basis rein und das war's schon den Faden ein bisschen rausziehen abschneiden immer drauf achten dass man den richtigen Faden nimmt so durch die Lasche durchziehen und schon sind die blätter fertig alles was man jetzt noch machen muss ist die tomate von der seite nehmen wo man zugemacht hat das schaut dann schöner aus wenn man die blätter drauf tut so alles einfach nur noch vernähen und schon ist die tomate fertig und wenn das dann vernäht ist sieht das ganze dann so aus und je nachdem kann man eben verschiedene Größen nehmen ich habe jetzt eine kleinere Cocktailtomate gemacht man kann sie ein bisschen größer gestalten oder eine richtige große Tomate machen das bleibt einem selbst überlassen so na dann viel Spaß